Hallo lieber Wassermann, ich begrüße dich nun zu deiner zweiten Mailegung für das Jahr 2023 und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. So wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir richtig gut geht. Und lieber Wassermann, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt für den Monat Mai eine zweite Sternzeichenrunde sozusagen, weil ich ganz einfach Lust drauf hatte und deswegen warum nicht. Und dieses Reading bezieht sich jetzt auf den Zeitraum Mitte Mai bis von mir aus auch Ende Mai. Okay, genau und ich würde sagen, ich stelle dir jetzt erstmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende heute für dich, das ist das Seelenreise-Tarot von der Julia Aurelia. Ich denke mal, die meisten von euch, ihr werdet sie mit Sicherheit kennen. Sie hat ebenfalls einen YouTube-Kanal und legt ebenfalls auch Karten und genau, das Kartendeck ist sozusagen von ihr. Und so wie immer verwende ich auch ebenfalls noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, lieber Wassermann, wir steigen jetzt auch einfach mal direkt ein und schauen mal, was jetzt Mitte Mai auf dich zukommt. Das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und diese Legung könnte jetzt also etwas für dich sein, wenn du den Wassermann im Sonnenzeichen, im Mond, im Ascendent oder auch in der Venus hast. So, ich habe jetzt gerade eben auf die Uhr geschaut und es war ein Uhr, äh ein Uhr sage ich schon, eine Minute und elf Sekunden sozusagen, also 1,1,1. Möglicherweise spielt die Zahl 1,1,1 oder generell die 1 eine wichtige Rolle für dich. Ich würde sagen, wir schauen mal. So, erstmal möchte ich jetzt ganz gern die Karten wieder... So, okay. Jetzt geht es los. Wassermann, Mitte Mai. Was bringt der Zeitraum? Mitte Mai, dem Kollektiv der Wassermänner. Wassermann, Mitte Mai. Okay. Wassermann. Weißt du, was ich bei dir spüre? Wie eine Art Sport. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du vielleicht vor hast, irgendwie in einem Verein zu gehen oder... Das kann jetzt wenige von euch betreffen, ich weiß, aber das ist jetzt wirklich eine Random-Botschaft. Also, es kann ja wirklich sein, dass du sagst, okay, ich habe Bock in einem Verein zu gehen, irgendwas mit Bällen, Tennis, Tischtennis. Volleyball vielleicht oder sowas in der Richtung, in der ich hier wirklich war, ne? Das war jetzt... Ja, das kann jetzt wirklich wenige von euch betreffen, aber ich habe es trotzdem gerade so ein bisschen gemerkt. Okay, Wassermann, Mitte Mai. Bitte noch weitere Einsichten jetzt für die Wassermänner, für den Zeitraum. Mitte Mai. Sportliche Aktivitäten, ich höre es schon wieder. Beziehungsweise, ich merke es und ich sehe es, ne? Mitte Mai. Wassermann. Noch weitere Einsichten, bitte. Für das Kollektiv der Wassermänner. Das kann aber auch was komplett anderes sein. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas mit Bällen zu tun haben, ne? Wassermann, Mitte Mai. Mitte Mai. Wassermann, noch weitere Einsichten, bitte. Für das Kollektiv der Wassermänner. Noch eine. Noch eine Karte, bitte. Für Wassermann. Für den Zeitraum. Mitte Mai. Dankeschön. Das lief recht reibungslos ab. Ich würde sagen, die Karten lege ich dir jetzt erstmal ordentlich hin. Und dann geht es auch schon los mit deinem Reading. Ich denke, das ist okay so. Wassermann, ich beginne mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist für dich für den Zeitraum Mitte Mai die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber ebenso auch sein, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lieber Wassermann, lass uns doch mal schauen. Und da hast du jetzt hier den Ritter der Schwerter. Okay. Also, der Ritter der Schwerter ist auf jeden Fall jemand, der ist sehr, sehr intelligent. Da ist er sagt, taktisch veranlagt. Es geht um Intelligenz. Es geht aber auch hier um Taktik, Strategie. Also, kann es hier wirklich bedeuten, dass du irgendetwas vorhast, wo auf jeden Fall Nachdenken erforderlich ist, bevor man jetzt hier irgendwie einen falschen Zug macht und man dann sozusagen schachmacht ist. Ja, also hier wird auf jeden Fall schon so ein bisschen darauf hingewiesen, lieber Wassermann. Erstmal nachdenken, bevor man handelt. Ja, bei der Ritter der Schwerter. Das ist eine Energie, wo man eventuell etwas sagen könnte oder tun könnte, was man hinterher vielleicht bereuen könnte. Ja, also hier kann es wirklich sein, entweder bekommst du es mit so jemandem zu tun oder aber du könntest eventuell dazu neigen, etwas zu tun oder zu sagen, wo du hinterher sagst, hätte ich das mal lieber gelassen. Ja, also hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ja, es kann sein, dass jemand von dir irgendwie verlangt, dass du dich irgendwie schnell entscheiden sollst oder generell merkst du, okay, es geschieht gerade sehr, sehr viel. Dann wird dir auf jeden Fall trotzdem geraten, okay, denk erstmal nach, bevor du handelst. Ja, gründlich nachdenken. Also ja, Entscheidungen treffen, von mir aus auch schnell, aber trotzdem gründlich nachdenken. Das ist hier so die Energie bei dem Ritter der Schwerter. Es kann ebenfalls jetzt auch wirklich deine Energie sein. Du bist ein Luftzeichen und der Ritter der Schwerter wird als Luftzeichen repräsentiert. Vielleicht geht es aber auch hier wieder um eine Freizeitgestaltung, Schachspielen. Das kann bei dir vielleicht auch mit einer Rolle spielen. Okay, lass mal sehen, was wir hier drunter haben. Okay, da haben wir, also ich spüre wie eine Art bei einigen von euch wie Wettbewerb. So ein Wettbewerb, ich will nicht sagen Streit, aber vielleicht ist es so, dass du mit jemandem irgendwas zusammen machst und hier ist auf jeden Fall Sieg vorprogrammiert für einen von euch. Also sowas in der Richtung kann auf jeden Fall schon sein. Das Weitere sagt mir diese Kombination, lieber Wassermann, wenn du wirklich genau nachdenkst und besonnen vorgehst, kannst du hier auf jeden Fall auch mit Erfolg rechnen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was man hier durchaus sehen kann. Das Weitere spüre ich bei dieser Energie, dass es hier um Pläne machen geht. Ganz genau überlegen, taktisch und klug vorgehen sozusagen. Okay, ich würde jetzt erstmal sagen, lieber Wassermann, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier alles für dich rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten und da haben wir für dich die sechste Schwerter. Entschuldigung, sechste Kelche, ich habe mich versprochen. Die sechste Kelche stehen auf jeden Fall für Ereignisse aus der Vergangenheit, für Erinnerungen an die Vergangenheit. Es kann ebenfalls aber auch bedeuten, lieber Wassermann, dass jemand aus der Vergangenheit möglicherweise sehr, sehr plötzlich hier auf dich zukommt. Ja, weil der Ritter der Schwerter ist auch immer so eine Energie von, ja, der kommt ganz, ganz schnell, ganz, ganz plötzlich. Man weiß gar nicht, wo er überhaupt herkam, so schnell ist er unterwegs. Also kann es ja wirklich bedeuten, dass auch eine Nachricht auf dich zukommt, weil wir haben hier das Luftelement und da geht es natürlich auch unter anderem um Kommunikation und um die Gedanken möglicherweise auch. Aber hier habe ich trotzdem das Gefühl, es kann sein, dass jemand aus der Vergangenheit wieder auf dich zukommt. Sowas kann durchaus möglich sein, dass du hier eine Nachricht bekommst von jemandem, den du von früher kanntest. Oder aber du musst hier plötzlich und unerwartet an Dinge denken, die damals eben geschehen sind. Also sprich, ja, sozusagen Erinnerungen an die Vergangenheit. Des Weiteren habe ich bei dir das Gefühl, Wassermann, dass du einfach jetzt wirklich mal dich damit auseinandersetzt, okay, was habe ich früher, als ich ein Kind war, gerne getan. Und dass du nur wirklich überlegst, okay, das dann auch wirklich umzusetzen. Wie zum Beispiel, du wolltest schon immer Gedichte schreiben, du wolltest schon immer Volleyball spielen oder du wolltest schon immer in den Tanzkurs. Sowas in der Richtung. Da kann es jetzt also wirklich sein, dass du dir vielleicht wirklich überlegst, das zu machen. So, dann als nächstes haben wir dann, das ist der Hierophant. Bei dem Hierophant, lieber Wassermann, geht es auf jeden Fall um den höheren Glauben. Es geht um Religion, es geht um Tradition, ein Versprechen, ein Eid auch irgendwo, ein Gelübde, was man ablegt. Des Weiteren, der Hierophant steht ebenfalls auch für Langzeitverbindungen, Langzeitbeziehungen, aber ebenfalls auch eine Ehe sozusagen. Also kann es ja wirklich sein, dass jemand aus der Vergangenheit, mit dem du eine lange Zeit, mit dem dich etwas verbindet, aus oder von früher oder aus einem früheren Leben vielleicht sogar auch, da wieder auftauchen kann. Sowas ist durchaus möglich, weil der Hierophant, das ist auch immer so dieses, ja, Verbindungen, Langzeitbeziehungen. Also kann es ja durchaus sein, dass ja wirklich wieder jemand auf dich zukommt, mit dem du lange zusammen warst, mit dem du eine lange Freundschaft hattest, sowas in der Richtung. Der Hierophant sagt mir natürlich aber auch irgendwo, dass das Ganze schon in irgendeiner Art und Weise eine karmische oder sogar auch eine spirituelle Verbindung zu sein scheint. Ja, des Weiteren, es muss nicht unbedingt immer nur um Beziehungen gehen. Es kann lediglich auch bedeuten, dass es dabei bei dir um die Sinnfindung geht und dass du da jetzt wirklich einfach mal beginnst, in der Vergangenheit so ein bisschen zu wühlen und zu kramen. Wer war ich früher? Wie war ich früher? Was habe ich gern gemacht? Was habe ich geliebt zu tun, sozusagen? Weil der Hierophant ist auch immer so diese Sinnfindung. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier für dich, ja, es geht auf jeden Fall um etwas, was dich hier wirklich erfüllt. Also, lieber Wassermann, zum einen habe ich hier wirklich den Eindruck, jemand aus seiner Vergangenheit kommt wieder und das ist dann sozusagen wie eine Art Wunscherfüllung. Oder aber es geht jetzt wirklich nun für dich darum, dass du dich in die Richtung bewegst, die sich für dich total richtig und stimmig anfühlt. Weil die 9. Kirche ist die Energie, ja, der Wunscherfüllung, der Sorglosigkeit, der, ja, der Freude, der Geselligkeit, ne, dass du wirklich beginnst, auch einfach mal zu überlegen, okay, was kann ich hier also tun, um wieder mehr unter Leute zu kommen, um wieder mehr unter Menschen zu kommen, neue Leute kennenzulernen, sowas in der Richtung, wo ich dann gegebenenfalls auch wirklich lange dabei bin. Ne, das ist wirklich so die Energie von, man ist sozusagen, man fühlt sich total erfüllt, man fühlt sich wunschlos glücklich, kann man hier ebenfalls auch sagen, ne. Ne, okay, lass mal weiter gucken. Die 7 der Münzen sagen hier auf jeden Fall, das Ganze braucht vielleicht noch ein kleines bisschen Geduld. Das ist ja ein Geduldsspiel, ne, so kann es ebenfalls jetzt auch wirklich, ähm, jetzt geht es ebenfalls aber auch darum, lieber Wassermann, habe ich das Gefühl, auf das zu schauen, was du bisher erreicht hast und nicht so sehr auf das zu schauen, was du nicht hast oder was dir deiner Meinung nach fehlt, ne. Die 7 der Münzen steht auf jeden Fall natürlich für Geduld. Die Dinge brauchen ein kleines bisschen Zeit, ehe sich das Ganze nun wirklich so manifestiert oder ehe sich das Ganze wirklich so entwickelt, wie es sich entwickeln soll. Ne, das Gras wächst sozusagen nicht schneller, wenn man daran zieht. Also kann es hier ebenfalls bedeuten, dass es hier schon etwas mit einer Bestimmung zu tun hat und oder vielleicht auch direkt wirklich mit einem anderen Menschen. Ne, dass hier jemand Bestimmtes vielleicht noch ein kleines bisschen Zeit braucht, um hier in Klammern wieder auf dich zuzugehen. Ne, sowas sieht man hier ebenfalls auch. Des Weiteren habe ich auch das Gefühl, lieber Wassermann, bei einigen von euch im Zeitraum Mitte bis Ende Mai kommt hier sozusagen eine Zeit der Fülle auf dich zu, dass du wirklich sagst, okay, ich fühle mich zutiefst erfüllt, was dann wiederum dafür sorgt, dass du auch finanzielle Fülle anziehst. Weil mit dem Hierophant haben wir es hier mit Stierenergie zu tun und hier haben wir durchaus die Energie der Fülle, also finanzielle Fülle ist hier sozusagen ebenfalls auch nicht auszuschließen, ja. So, dann haben wir hier für dich, das ist der König der Kelche. Das Ganze hat hier auf jeden Fall mit einem Kelchkönig zu tun, ein eventuelles Wasserzeichen, Krebs, Fische, Skorpion, Sonne, Mond, Ascendent. Das Öfteren steht auf jeden Fall der Kelchkönig auch für den Herzensmensch, also kann es durchaus sein, dass es hier um jemanden geht, mit dem du eine sehr, sehr starke Herzensverbindung hast oder jemand, der dir allgemein sehr, sehr stark am Herzen liegt. Also hier jemand aus seiner Vergangenheit kommt hier auf jeden Fall oder scheint hier bald wieder zu kommen, was da wieder wie eine Art Wunscherfüllung hier sein kann sozusagen, ne. Vielleicht ist es aber auch so, lieber Wassermann, dass du dir sagst, ich bin erst glücklich, wenn dieser Mensch wiederkommt. Hm, das ist dann immer, hm, die Einstellung ist sehr, sehr fragwürdig, weil warum willst du so lange warten, ne. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, auf jeden Fall sieht man hier eine Langzeitverbindung, eine Partnerschaft, die ist durchaus innig, beziehungsweise eine, ja, feste Verbindung, das kann auch wirklich eine Freundschaft sein, ne. Aber trotzdem haben wir hier immer noch das Wartespiel, also es ist wie, als ob dieser jemand noch nicht zu 100% bereit ist. Ja, also wenn du es nicht mit jemand anderem zu tun hast, lieber Wassermann, dann ist das hier deine Energie, ne. Dann sehe ich auf jeden Fall, dass du durchaus sehr, sehr gefühlvoll bist, sehr verständnisvoll, medial veranlagt, ne, intuitiv auch auf jeden Fall. Und da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es da in der Zeit ist, auf deine Intuition zu hören, bevor man jetzt hier vielleicht irgendwas tut, was man hier bereuen könnte, ne. Und ich glaube, deinem Gegenüber könnte es ja eventuell jetzt auch genauso gehen, lieber Wassermann, dass dieser jemand erstmal wirklich nachdenkt, bevor er hier sozusagen wirklich handelt. Und sowas ist hier durchaus auch möglich. Lieber Wassermann, das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende, ist das Heavenly Buddies Astrology Deck. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es hier auch so ein Szenario ist, dass hier wirklich jemand wieder auf dich zukommt. Und einer von euch beiden, ich denke mal, also wenn dieser jemand auf dich zukommt, dann bist du der oder diejenige, die dann wirklich erstmal überlegt, okay, was mache ich? Wie gehe ich damit jetzt um? Ja, also hier wird auf jeden Fall schon so ein bisschen darauf hingewiesen, Wassermann erstmal nachdenken, bevor man hier handelt, bevor man irgendetwas tut oder sagt, was man hinterher vielleicht bereuen könnte. Ja, vielleicht ist es dann so, dass du total übereuphorisch bist und dich einfach total freust, dass dieser jemand auf dich zukommt, ne. Aber hier wird trotzdem so ein bisschen darauf hingewiesen, ruhig Blut, ne. Okay, Wassermann, Mitte Mai, bitte weitere Einsichten für die Wassermänner, für den Zeitraum, Mitte Mai, Mitte Mai, Wassermann, okay, 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 okay. Wassermann, Mitte Mai, Sonne, Mund, Aszene, Venus, Wassermann. Wassermann, Wassermann, bitte weitere Botschaften für das Kollektiv der Wassermänner, für den Zeitraum, Mitte Mai, so, noch eine bitte, noch eine Karte für die Wassermänner, für den Zeitraum, für den Zeitraum, Mitte Mai, okay. So, lieber Wassermann, mit der einen Karte muss ich jetzt beginnen, weil ich die schon gesehen habe. Das ist die Karte Yang. Das ist die Energie Yang, also Yang sozusagen und bei dieser Energie geht es auf jeden Fall um das Tohen. Das ist das männliche Prinzip, die männliche Energie sozusagen. Wir haben auch hier mit dem Ritter der Schwerter und auch mit dem König der Kelchen eine sehr, sehr starke maskuline Energie. Also kann es hier wirklich bedeuten, dass entweder ein bestimmter Mann für dich wichtig wird oder jemand, der generell sehr stark auch in der männlichen Energie ist. Das kann auch eine Frau sein, ja. Aber generell, wenn das jetzt hier wirklich alles komplett deine Energie nur ist, dann sehe ich dich auf jeden Fall sehr, sehr ausdrucksstark. Ich sehe wirklich, dass du am Überlegen bist, okay, was kann ich tun, um mich noch besser auszudrücken? Was kann ich tun, um dieses oder jenes zu erreichen? Es geht hier auf jeden Fall bei dieser Energie sehr, sehr stark um den Ausdruck, das Tohen, aktiv werden sozusagen, nach vorne bewegen. Deswegen, das Weitere bekomme ich auch wieder gerade gesagt, hier kommt etwas oder jemand auf dich zu oder du gehst auf jemanden oder etwas zu. Das spüre ich auch. So, lass mal gucken. Jetzt hast du hier unten drunter, das ist die Karte der Opposition. Das ist ja eine Energie, das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen konfliktlastig, aber es gibt da schon gewisse Anspannungen, sagen wir es mal so. Also, das ist eine Energie, wo man nicht wirklich im Gleichgewicht ist, man hat so ein bisschen zu tun mit der eigenen Kraft, in der eigenen Kraft zu bleiben sozusagen. Und Anspannungen, es gibt hier Anspannungen, gegensätzliche Kräfte, das prallt aufeinander, habe ich auch ebenfalls das Gefühl. Das ist die Energie von der Opposition, dass entgegengesetzte Kräfte so ein bisschen aufeinander prallen. Also kann es ja durchaus sein, lieber Wassermann, dass du es hier wirklich mit jemandem zu tun hast, der nicht unbedingt so ist wie du, sagen wir es mal so. Und da könnte es eventuell zu Reibereien gehen, zu Konflikten möglicherweise auch. Also das Potenzial zu Konflikten, das ist ja leider schon, ja, so ein kleines bisschen gegeben. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier, dann haben wir hier für dich, das ist der Nordknoten. Also, lieber Wassermann, in Bezug auf deine Bestimmung sehe ich dich auf jeden Fall aktiv werden. Ja, ich sehe dich aktiv werden, wenn es darum geht, etwas Bestimmtes zu erreichen. Der Nordknoten steht dafür, raus aus der Komfortzone, geh den Weg deiner Bestimmung, geh den Weg deines Wachstums, entwickle dich weiter, geh den Weg deiner spirituellen Weiterentwicklung sozusagen. Das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann. Und was ich hier wirklich sehe, ist ebenfalls auch, dass du diesbezüglich auch wirklich aktiv wirst und, ja, einfach wirklich Entscheidungen triffst und du kommst ins Tun. Das ist das, was ich hier wirklich auch bei dir sehe. Ne, auch wenn du sagst, okay, ich muss nochmal drüber nachdenken, das kannst du gerne auch, aber trotzdem sehe ich hier wirklich eine Energie, wo du wirklich ins Tun kommst. Ne, in Richtung deines Schicksals, in Richtung deiner Bestimmung. Wir haben hier das Thema Wunscherfüllung auf jeden Fall bei dir. Ne, oder beziehungsweise da. Die Frage ist natürlich, was tust du dafür, um dieses oder jenes zu erreichen? Was tust du für deine Wünsche? Sitze nur da oder wartest ab, dann kann das alles nichts passieren. Ne, und ich muss jetzt einfach mal dazu sagen, dass ich bei einigen oder beziehungsweise bei dem letzten Wassermann-Orakel jetzt schon Kommentare gesehen habe, wie zum Beispiel, ja, es wird ja mal Zeit, dass es endlich für die Wassermänner besser wird. Die Frage ist natürlich, was tust du dafür, beziehungsweise bist du auch bereit, etwas zu verändern? Bist du bereit, auch dich vielleicht gegebenenfalls mal zu verändern? Weil von nichts kommt nichts, ja. Das ist nun mal das andere, also das, ne. Okay, jetzt nun die nächste Karte, da haben wir jetzt hier für dich die Karte Witter und das ist die Aktion natürlich schlechthin, ja. Es kann natürlich auch sein, dass du es hier mit einem Witter zu tun hast. Sonne, Mond, Aszendent, jetzt bekomme ich wieder eine Botschaft und das ist im Prinzip genau das, was ich dir bereits ganz am Anfang gesagt habe, während ich die Karten gemischt habe, Witter-Energie steht auch wieder für Sport, für Aktivität. Und auch da sehe ich wieder, ich sehe euch aktiv werden, wenn es zum Beispiel wirklich um Sport geht. Ich sehe, dass da einige von euch sogar etwas finden können, wo du sagst, jo, da gehe ich richtig auf, das macht mir richtig Spaß. Ne, also in diesem Bereich kann es ja wirklich sein, vielleicht ist es auch so, lieber Wassermann, was deine Bestimmung damit zu tun hat, etwas mit Sport zu machen. Oder wo du, ja, sowas wie Wettkampf, sowas in der Richtung, ne, das sehe ich auch bei einigen von euch. Oder körperlicher Ausdruck, Tanz, Yoga von mir aus oder Volleyball, ne. Also sowas in der Richtung, nehme ich hier wirklich wahr bei einigen von euch. Weil Witter-Energie ist auch die Energie von Bewegung und Sport, der Körper sozusagen. Ne, aber generell natürlich, jetzt mal davon abgesehen, wie gesagt, guck einfach, wie das Ganze für dich passt. Es ist ein allgemeines Orakel. Witter allgemein steht ebenfalls natürlich auch für die Unabhängigkeit, für Mut, Tapferkeit, Passion und Kampfgeist. Also ich sehe hier wirklich, lieber Wassermann, du bist sehr, sehr kampfeslustig, sehr, sehr tapfer, sehr mutig und voller Leidenschaft, um hier wirklich nun den Weg deines Herzens zu gehen, um hier wirklich deine Wünsche und Erfüllung gehen zu lassen. Ja, man sieht hier quasi wirklich, dass du für diese Sache Feuer und Flamme wirst. Das ist auch das, was ich sehe zum einen. Zum anderen, auch hier bei Witter ist wieder ein kleines bisschen Vorsicht geboten, wenn es um gewisses, ja, wenn es um Konflikte geht. Ja, also es kann durchaus sein, dass vielleicht jemand auf dich zukommt und du fühlst dich möglicherweise ein kleines bisschen provoziert. Ja, oder aber jemand möchte dich mit Absicht ein kleines bisschen provozieren, um einfach mal zu schauen, wie du reagierst. Auch sowas habe ich hier bei einigen von euch. Weil Witter ist auch wirklich so die Energie von, ja, Krieg, Kampfeslust, Rivalität, Konkurrenz auch so ein kleines bisschen, ja. Sowas ist hier durchaus auch gegeben bei einigen von euch. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Cycle Tarot von John Holland. Und ich möchte jetzt nochmal ganz, ganz kurz darauf zurückkommen. Wenn du jetzt wirklich zu den Wassermännern gehörst, die wirklich sagen, ja, wann wird es denn endlich besser und ach, ich warte schon so lange auf meine Wunscherfüllung. Ganz ehrlich, mit dieser Einstellung wird das auch nichts. Weil dann hältst du zu sehr an diesem Wunsch fest. Und je mehr du etwas hinterher jagst, umso weiter wird sich das Ganze von dir wegbewegen. Wenn du etwas bestimmtes hinterher jagst, wird sich das Ganze von dir entziehen, weil du damit aussendest, ich habe es nicht. Weißt du, das ist ein kosmisches Gesetz. Setze dich, wenn du möchtest, ruhig mal nochmal damit auseinander. Ist nur ein Tipp, kannst du befolgen, musst du aber nicht, ne? So, alles klar. Jetzt geht es weiter. Wassermann, Mitte Mai. Ich sehe Euphorie. Ich sehe, also was ich, ich fühle es besser gesagt auch. Ich spüre Kampfgeist, ich spüre Feuer, inneres Feuer. Ist ja auch kein Wunder hier bei Witter und Young Energy, ne? Aber auch, ja, also das finde ich gut. Das gefällt mir, Wassermann. So, Wassermann, Sonne, Mond, Ascendant, Venus, Mitte Mai. Mitte Mai, Wassermann, bitte weitere Einsichten nun für die Wassermänner. Für den Zeitraum, Mitte Mai. Von mir aus auch bis Ende Mai ungefähr so der Zeitraum. Mitte Mai, Wassermann. Sind ein bisschen stöchisch, die Karten. Ja, also was ich hier wirklich bei dir spüre, bevor du etwas sagst, beziehungsweise etwas tust, bitte gründlich nachdenken. Weil ich habe gewisse Anspannungen, ich habe Konfliktpotenzial da, muss ich dir so sagen, wie es ist. Jemand fühlt sich hier wirklich sehr, sehr herausgefordert. Jemand fühlt sich, oder jemand wird hier provoziert. Und ich glaube, das bist du, Wassermann, ja? Also wenn es so ist, ruhig Blut. So, Wassermann, Mitte Mai. Noch weitere Einsichten bitte für das Kollektiv der Wassermänner. Für den Zeitraum, Mitte Mai, Mitte Mai, Wassermann. Du bist auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, der möchte auf jeden Fall noch eine. Wassermann, Mitte Mai. Ist alles ein bisschen störisch und chaotisch hier. Aber kriege ich schon hin. Okay. Dankeschön, da ist sie. Also ich beginne natürlich mit der Karte hier. Das ist das Kehkopf-Chakra. Umgekehrt, ich muss ein bisschen darauf achten, wie die Karten auch fallen. Und natürlich muss ich auch auf meine Intuition hören, lieber Wassermann. Also Kehkopf-Chakra umgekehrt. Es kann sein, dass du vielleicht in gewisser Art und Weise so ein bisschen... Also es kann sein, sagen wir es mal so, dass dein Kehkopf-Chakra blockiert ist. Ja. Und dass es dir möglicherweise wirklich schwerfällt, die Wahrheit zu sprechen. Zu dir selber zu stehen, für dich selber einzustehen. Was unglaublich spannend ist, was mir jetzt gerade richtig in den Sinn kommt, ist die Zahl 5. Die Zahl 5 ist natürlich der Hierophant. Sinnfindung, Gottvertrauen und so weiter und so fort. Aber ich spüre auch hier mit der Zahl 5 Konflikte. Ja. Ich spüre auf jeden Fall Konflikte. Also kann es durchaus sein, es könnte zu vielleicht wirklich hitzigen Auseinandersetzungen kommen. Zwischen dir und diesem anderen jemand. Es kann sogar sein, dass hier klärende Gespräche stattfinden. Zwischen dir und der Person, wo es noch was zu klären gibt. Sowas kann durchaus sein. Ja. Deswegen habe ich das Gefühl, okay, Vorsicht hier vor Lügen, lieber Wassermann. Ich sage nicht unbedingt, dass du lügst. Aber es kann sein, dass dein Gegenüber, vielleicht dir Gegenüber, nicht unbedingt immer ehrlich war oder ist. Sowas in der Richtung kann durchaus auch sein. Also entweder stockt hier wirklich eine Kommunikation, ein Kontakt. Oder aber jemand sagt hier nicht unbedingt die Wahrheit. Irgendjemand verschweigt hier auch etwas. Das ist auch das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Ne. Okay. Ich sehe Konfliktpotenzial auf jeden Fall auch wieder. Die Zahl 5 übrigens, lieber Wassermann, steht auch wieder für Freiheit, für Befreiung und für Abenteuer. Das wird auf jeden Fall auch für einige von euch wichtig werden. Wir haben hier auch das Thema der Unabhängigkeit. Also hier geht es auf jeden Fall auch in gewisser Weise darum, für einige von euch, sich von der Vergangenheit, beziehungsweise von der Kindheit auch zu befreien. Weil es wartet nun dein Schicksal auf dich, ja. Es ist Zeit, dass du nun deinen bestimmten, deinen authentischen Weg gehst, lieber Wassermann. Auch das ist das, was ich hier wirklich sehe bei einigen von euch. So, unten drunter haben wir jetzt hier die Karte. Im normalen Tarot sind das die sieben der Münzen und die hast du hier, spannenderweise. Geduld und Planung. Also hier wirst du auf jeden Fall darauf hingewiesen oder beziehungsweise kommt jetzt hier eine Zeit auf dich zu, wo hier auf jeden Fall Geduld gefragt ist und wo man erstmal wieder wirklich plant, ja. Wenn du dazu neigen könntest, etwas zu sagen oder zu tun, was du hinterher vielleicht bereuen könntest, wird auf jeden Fall gesagt, warte erstmal ab, ja. So, dann haben wir hier für dich, das ist die Energie der Autorität. Im normalen Tarot ist das der Herrscher und auch der Herrscher ist Witterenergie. Und den Witter hast du hier, vielleicht hast du hier auch mit dem Witter zu tun, dass du hier diskutierst mit dem Witter, Sonnen und Aszendent. Und sowas ist durchaus auch möglich. Vielleicht hast du so ein bisschen Stress mit jemand, der, ja, da schon so sich gibt wie Herrscher, also sehr, sehr charismatisch. Ich bin der Boss, ich habe Recht, ich sage, wo es lang geht. Vielleicht hast du es hier wirklich mit so jemandem zu tun, der vielleicht ein kleines bisschen herrisch ist, der seinen Willen durchsetzen möchte, der alles, wo alles immer nur nach seinem Kopf gehen möchte. Das kann ja wirklich sein, dass es mit so jemandem zu tun hat. Hast lieber Wassermann. Oder vielleicht ist es auch deine Energie. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne dich gerade nicht. Das weißt du jetzt wirklich am besten. Aber was ich hier auch sehr, sehr stark spüre, Wassermann, steh für dich ein. Steh für dich ein. Manchmal ist es vielleicht auch besser, gar nichts zu sagen. Manchmal. Als dann vielleicht auszurasten. Ja, also manchmal ist es besser, vielleicht gar nichts zu sagen, als auszurasten. Das ist auch so das, was ich hier wirklich wahrnehme. Aber trotzdem habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, lieber Wassermann, dass jetzt hier wirklich auch eine Zeit auf dich zukommt, wo du aufgefordert bist, deine Wahrheit zu sprechen. Wo du nun beginnen sollst, für dich selber einzustehen. Wo du deine Wahrheit lebst. Das kann auch im beruflichen Bereich sein. Das kann auch damit zu tun haben, dass du nun auch damit beginnst, den Weg für dich zu gehen, das sich für dich wirklich richtig einfühlt. Okay, was haben wir hier für dich? Das gibt es nicht. Ich habe es gerade gesagt. Stehe für dich ein. Also, eindeutig hat das Ganze hier damit zu tun, lieber Wassermann, dass du hier für dich einstehen sollst und auch darfst. Du darfst deinen Standpunkt vertreten. Du musst dir hier nichts gefallen lassen. Sage, was gesagt werden muss und schlucke hier nichts länger runter. Wenn du jetzt also zu den Wassermännern gehörst, du hast irgendwie Probleme mit der Schilddrüse oder mit dem Hals, Halsschmerzen, sowas in der Richtung, oder Klos im Hals, dann wird es nun eine allerhöchste Eisenbahn, dass hier etwas gesagt werden muss. Ja, das kann es jetzt hier wirklich bedeuten. Stehe hier für dich ein. Behaupte dich. So, dann haben wir hier für dich die Karte Solitude. Das ist die Energie des Rückzugs. Im normalen Terror ist das der Eremit. Also, hier kann es bedeuten, zum einen habe ich das Gefühl, sollte es irgendjemanden geben in deinem Umfeld, der durchaus provokativ ist, provokant ist und dich vielleicht auch in gewisser Weise, warum auch immer, testet. Habe ich das Gefühl, bleib ruhig, zieh dich zurück aus einer Situation, wo es sehr, sehr viele Anspannungen gibt, wo es sehr, sehr viel Aggressivität gibt, wo es sehr impulsiv zu Gange geht. Das Gefühl, was ich habe. Aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, lieber Wassermann, dass du rauskommen darfst aus deinen übermäßigen Rückzug. Ja, dass es nun an der Zeit ist für dich, für dich einzustehen und das zu sagen, was gesagt werden muss auch irgendwo. Also, ja, des Weiteren kann es ebenfalls auch bedeuten, dass du sagst, okay, ich muss mich jetzt hier einfach mal eine Weile zurückziehen, um für mich selber herauszufinden, was will ich, ne, um einfach mal zu gucken, okay, ja, was will ich und, ja, einfach mal innere Klarheit zu finden. Das ist auch das, was ich hier wahrnehme, ne. Okay, das nächste Kartendeck, da muss ich mal eben überlegen. Ich nehme jetzt hier für dich, das ist das Monology-Orakel. Vielleicht ist es auch so, dass du etwas Neues lernen möchtest, dass du sagst, okay, ich bilde mich in diesem Bereich weiter. Vielleicht ist es auch so, dass du ein neues Buch findest, was dich total interessiert. Also, was ich hier wirklich sehr, sehr stark bei dir wahrnehme, lieber Wassermann, ist, dass du wirklich auch in deine persönliche Kraft wieder ankommst, dass du aber auch deine persönliche Macht auch wieder annehmen darfst, ja. Und nun für dich und für deine eigenen Bedürfnisse beginnst einzustehen und auch wirklich Grenzen setzt und gegebenenfalls auch einfach mal lernst, Nein zu sagen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass du, lieber Wassermann, zu oft zu irgendwelchen Dingen immer wieder klein beigegeben hast, immer wieder Ja gesagt, obwohl du doch eigentlich Nein meinst, ja. Wassermann, Mitte Mai, wir gucken weiter. Mitte Mai, Wassermann, bitte noch weitere Einsichten jetzt für die Wassermänner für den Zeitraum Mitte Mai. Wassermann, Mitte Mai bis Ende Mai ungefähr. Noch weitere Einsichten, bitte, für das Kollektiv der Wassermänner. Und Zeitraum Mitte bis Ende Mai. Alles klar, damit muss ich mal anfangen, weil Neumond im Wetter, Zeit aktiv zu werden. Ganz genau, es kommt also eine Zeit auf dich zu, wo du hier aktiv wirst, wo du wirklich nun einfach auch mal tust, was auch immer getan hier werden muss bei dir. Also, was ich hier wirklich spüre, ist, du beginnst nun auch wirklich damit, dir selber dein Versprechen einzuhalten. Ja? Der Hierophant, das ist das Versprechen. Also, hier geht es darum, dass du dein Versprechen, was du dir selber gegenüber gegeben hast, dass du das nun auch wirklich beginnst einzuhalten. Und ich sehe, du setzt da auch wirklich Grenzen oder beziehungsweise ist es wichtig für dich, Grenzen zu setzen. Ja? Du hast auch einen freien Willen. Du kannst auch sagen, nö, ich mache es nicht. Ich mache weiterhin so wie bisher. Nun ja. Ja, aber was ich hier wirklich sehr, sehr stark spüre, ist schon, ja, ist eine sehr, sehr kraftvolle Energie. Sehr, sehr viel Witterenergie auf jeden Fall. Würde mich wirklich nicht wundern, wenn du es durchaus mit dem Witter zu tun hast, so einem Mund-Ascendent. Oder wirklich mit jemandem, der durchaus herrisch sein kann. Das ist jemand, der handelt, der fackelt nicht lange. Das ist jemand, vielleicht auch ein kleines bisschen, naja, selfish, also egoistisch in gewisser Maße. Hier bin ich, beachte mich und, ne, sowas in der Richtung, guck mal, wer ich bin, guck mal, was ich habe. Ne, vielleicht auch jemand, der vielleicht ein bisschen angeberisch ist oder prallt, bekomme ich auch in gewisser Maße so ein kleines bisschen rein. Ne? Okay, sowas, Mann. Die Karte unten drunter für dich, da haben wir Glaube hier an deine Träume. Also, es geht hier natürlich auch um deine Träume, deine Wünsche und diesbezüglich darfst du hier auf jeden Fall aktiv werden und ich sehe auf jeden Fall auch, lieber Wassermann, du wirst aktiv. Ganz ehrlich, bei diesen Energien hier, also, das sieht man eindeutig, du wirst ja aktiv werden, auf jeden Fall. Ne? Glaube hier an deine Träume. Vertraue darauf. Alles geschieht genau dann, wenn es geschehen soll. Wir haben hier die Zeit abgebildet. Ja? Vertraue, Vertraue, Hierophant, auf das göttliche Timing. Sieben der Münzen. Ja? Vertraue auf das göttliche Timing, lieber Wassermann. Auch wenn du jetzt hier wirklich sagst, oh Gott, das dauert aber ewig, wann wird es endlich besser? Wassermann, es wird besser, aber es braucht Zeit und schon gar nicht, kommt es dann, wenn du es willst. Ja? Also, nochmal auf die Karte zurückzukommen, Glaube deiner Träume, denn, um diese zu erfüllen, brauchst du Vertrauen. Du sollst an dich selber glauben. Das ist Voraussetzung. Du darfst an dich selber glauben und du darfst deine Wahrheit zeigen. Du darfst deine Wahrheit sprechen. Du darfst dich genauso zeigen, wie du wirklich bist, weil du jetzt hier mit dieser Legung, du bist durchaus oder hast viel von dem Witter. Ne? Also, von, ja, Unabhängigkeit, ne? Das ist ja auch ein kardinales Zeichen, die Witter, und die kardinalen Zeichen sind ja auch die Bosse sozusagen. Also, ich sehe dich auf jeden Fall schon in dieser klassischen Chef-Energie. Ich bin Boss und ich bin dazu bestimmt, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Das sehe ich ja bei dir, ne? Okay. Jetzt haben wir hier für dich die Karte Deine Träume brauchen einen praktischen Plan. Das ist der Vollmond im Stier. Also, deine Träume brauchen auf jeden Fall einen Plan, ne? Wir haben ja hier bei dir, warte, die Energie, der Geduld und auch der Planung. Also, hier wird auf jeden Fall angezeigt, dass du jetzt wirklich auch mit dem Mai damit beginnst, für deine Träume einfach mal einen Plan zu erstellen, ja? Was sind deine Träume? Ja? Und dann, überlege ganz einfach mal, was kannst du tun, um das zu erreichen? Da sehe ich bei dir, dass das auf jeden Fall auf dich zukommt. Und ich sehe auch, du wirst da aktiv werden. Deine Träume brauchen einen praktischen Plan und diesbezüglich, um diese einzuhalten, wirst du aktiv. So, dann haben wir für dich die Karte, den Supermond. Das ist ja, die Emotionen laufen auf Hochtouren. Also, zum einen, lieber Wassermann, ist diese Karte sehr, sehr vielversprechend, denn diese Karte deutet auf Erfolge hin. Ja, diese Karte deutet auch auf Erfolge hin. Ich sehe, Erfolg kommt auf jeden Fall auf dich zu, weil du aktiv wirst, weil du nun Pläne machst. aber die Karte steht ebenfalls aber auch für, natürlich, deine Emotionen laufen auf Hochtouren. Also, kann das bedeuten, dass du vielleicht Mitte Mai vielleicht ein kleines bisschen zu emotional bist oder dazu tendierst, zu emotional reagieren. Auch sowas ist durchaus möglich bei einigen von euch. Ja, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Ich sage es wieder, lieber Wassermann, ich sehe Streitpotenzial. Irgendjemand fühlt sich hier möglicherweise schnell angegriffen oder irgendjemand ist in Angriffsmodus, sehr streitlustig, sehr provokant, möchte sich mit dem anderen anlegen. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt deine Energie ist oder es ist die Energie der anderen Person. Wer da so zu tun hast oder ihr beide vielleicht auch. Also das ist schon so ein bisschen das, was ich hier sehe, so ein bisschen Köpfe einschlagen. Weil es hier Energien gibt, die miteinander einfach nicht harmonieren. Also zwischen dir und der anderen Person habe ich das Gefühl, das Ganze harmoniert irgendwie nicht so richtig. Ihr kommt nicht auf einen Zweig, ihr kommt nicht auf einen Nenner. Egal, wie sehr man es noch so sehr versuchen möchte. Ja? So, noch ein paar letzte Botschaften für das Kollektiv der Wassermänner für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai bis Ende Mai Wassermann. Wow! Passt auf jeden Fall mit Wassermann Mitte Mai noch weitere Einsichten jetzt bitte für die Wassermänner für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai, Sonne, Mond, Ascendant, Venus, Wassermann. So, alles klar. Du hast schöne Karten. Zum einen hast du jetzt hier wirklich die Karte. Ich meine, die sind alle schön, ne? Aber du hast jetzt hier die eine mit Sprung ins Ungewisser. Geh das Risiko ein und handle entsprechend der Sehnsucht deines Herzens. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei der Energie hier, mit so viel Witter, sag ich mal, dann soll ich dich auf jeden Fall aktiv werden. Und wenn du es nicht tust, dann habe ich das Gefühl, wird es schon eine allerhöchste Eisenbahn. Dein Herz beziehungsweise deine Seele sagt dir ja schon bereits, hallo Wassermann, werde jetzt bitte aktiv. Geh nun wirklich den Weg, der sich für dich richtig einfühlt. Also, hier wird auf jeden Fall gesagt, du wagst den Sprung ins Ungewisse. Ich sehe dich wirklich aktiv werden. Vielleicht auch hin und wieder ein kleines bisschen ungeduldig. Deswegen nehme ich auch die Frage in den Kommentaren. Ja, wird dir mal Zeit, dass es endlich besser wird? Das Gras wächst nicht schneller, wenn es daran zieht. Alles ist ein Prozess. Ich kann dich verstehen. Ich kann dich total verstehen. Ich bin auch nicht geduldig, sage ich dir so, wie es ist. Aber alles braucht seine Zeit. Alles braucht seine Zeit, ehe es entsteht und ehe es sich wirklich entwickelt, sage ich mal. Die nächste Karte, lieber Wassermann, da hast du jetzt hier die Göttin Seltener mit der unendlichen Fülle. Du bist mit allem versorgt, heute und immer da. Für dich ist gesorgt. Du kannst also ganz beruhigt den Weg des Herzens gehen. Auch finanziell ist für dich gesorgt, wenn du irgendwie diesbezüglich ein paar Bedenken hast. Wenn du den Weg deiner Bestimmung, den Weg deines Herzens gehst, du wirst versorgt werden. Mach dir also diesbezüglich bitte keine Gedanken. Ja. Unten drunter hast du jetzt folgende Energie. Das ist Cordelia. Geh nach draußen. Du warst zu lange in geschlossenen Räumen. Geh hinaus, um frische Luft zu schnappen. Also im Mitte Mai kann es durchaus sein, dass du sagst, okay, ich muss jetzt einfach mal raus, mehr in die Natur. Das ist also auch ein Hinweis für dich, lieber Wassermann, und dass du zu lange möglicherweise immer nur drin gewesen bist. Und sollte das auf jeden Fall der Fall sein, sagen die Karten, geh auf jeden Fall mehr raus. Ja. Du brauchst frische Luft. Das wird deine Energie ein bisschen stärken. Das hilft dir auf jeden Fall halt dabei runter zu kommen, entspannter zu sein, entspannter zu reagieren. Weil einige von euch können auch ein kleines bisschen streitlustig sein, sich sehr, sehr schnell angegriffen fühlen. Ne, auch vielleicht durch etwas, was ich jetzt hier schon gesagt habe. Ist nicht auszuschließen. Ne, dann ist es halt so. Okay. Die letzte Karte. Nun für dich, Wassermann. Bridget, weiche nicht. Steh zu dem, was du für richtig hältst. Ganz genau. Du darfst zu dem stehen, Wassermann, was du für richtig hältst. Ja. Höre bitte nicht so sehr auf irgendwelche anderen Menschen. Also hier wird wirklich gesagt, vertraue auf deine Intuition, vertraue deinem inneren Orakel. Ja. Du selber weißt, was für dich richtig ist und was eben nicht. Und steh zu dem, was du für richtig hältst und geh danach. Aber ich sehe, viele von euch, ihr werdet definitiv aktiv werden. Ja. So wie das hier aussieht, ihr werdet definitiv aktiv werden. Ja. Weil Witterenergie ist die Energie der Aktion. Du stehst zu dem, was du für richtig hältst. Du kommst in deine Kraft, lieber Wassermann. Das ist das, was ich hier wirklich bei dir sehe. Du gehst deinen Träumen hinterher. Du traust dir mehr zu und weißt ganz genau, dass du getragen wirst, dass du versorgt wirst mit allem, was du brauchst. Ja. Steh zu dir und zu deiner Meinung, Wassermann. Lass dich hier nicht unterkriegen. Lass dich jetzt so nichts irgendwie bewegen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige von euch es mit jemandem zu tun haben, der euch zu irgendetwas überreden will, der euch seine Meinung aufzwingen will. Na? Nee, nee. Steh zu dir. Steh zu dem, was du für richtig hältst. Weiche nicht von deiner Wahrheit. Lass dich nicht manipulieren, lieber Wassermann. Ich danke dir ganz, ganz so fürs Zusehen, lieber Wassermann und ich wünsche dir einen wunderschönen Restmahl und bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.